Heyho, hier ist Ronja und wir haben heute wieder eine neue Folge Echt Passiert für euch. Freunde der Nacht. Mein Großvater enthüllte unser Familiengeheimnis, bevor er starb, ist der Name von dieser Folge. Und ich meine, ich frage mich wahrscheinlich genauso sehr wie ihr, was ist denn das Familiengeheimnis? Ihr könnt gerne raten, ich werde auch raten. Falls ihr übrigens die letzten Echt Passiert Folgen noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch die hier oben in dem kleinen i. Dann könnt ihr die euch angucken und dann würde ich sagen, oh kids. Hallo, mein Name ist Cynthia. Cynthia, deine Stimme ist asynchron zu deinen Mundbewegungen, aber deine Synchronsprecherstimme ist diesmal nicht so aktiv nervig wie letztes Mal. Also, gut. Meine Mutter und meinem Vater. Naja, ich meine, bis vor kurzem habe ich das gedacht. Okay. Meine Mutter ist... Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster reden. Aber könnte es sein, dass das Familiengeheimnis ist, ihre Mutter und ihr Vater sind gar nicht ihre echte Mutter und ihr echter Vater? Wahrscheinlich. Schwanger und wird bald meinen Bruder zur Welt bringen. Nein, so ist das nicht. Ach je, ähm, lass mich von vorne anfangen. Ja, okay, fang nochmal von vorne an. Jetzt ist es eh schon ruiniert. Danke für gar nichts. Noch vor sechs Monaten waren wir eine ganz normale und glückliche Familie. Okay. Fröhliches Halloween. Meine großen Mutter Pamela, die Mutter meines Vaters und meine Mutter hatten eine ziemlich kühle Beziehung. Okay, Pamela und die Mutter mögen sich nicht. Ich habe es so getan, als gäbe es den anderen einfach nicht. Aber das war schon immer so und ich hatte mich daran gewöhnt. Wann immer wir zu meiner Großmutter gingen, waren es immer mein Vater und ich. Meine Mutter wollte sich uns nicht anschließen. Okay, fair enough. Meine Großmutter kann man nicht als süße und nette Person bezeichnen. Kein Untersetzer benutzt sind sie ja. Aber ich wusste immer, dass sie eigentlich nett war. Das Einzige, was ich an ihr sah, war, dass sie so traurig war, weil sie allein lebte. Als ich geboren wurde, ließen sich mein Großvater... Was ist denn mit ihrem Großvater? Achso, die ließen sich scheiden. Sorry. Sorry. ...don't see scheiden. Er ging nach Europa und wir haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Also zumindest war das die Geschichte, die ich erzählt bekommen habe, seitdem ich klein war. Ich will jetzt nichts sagen, aber die Geschichte könnte nicht stimmen. ...fragte. Als ich älter wurde, hörte ich auf zu fragen. Meine Eltern wollten unbedingt ein zweites Kind, aber lange Zeit klappte es nicht. Als meine Mutter endlich schwanger wurde, waren wir also so glücklich. Und dann hat uns mein Vater noch glücklicher gemacht, als er sagte, dass wir nach der Geburt des Babys in das neue Haus ziehen würden. Ein größeres und besseres. Neues Haus! Neues Haus! Neues Haus! Aber etwas ist schief gelaufen. Nach ein paar Monaten bemerkte ich, dass meine Eltern immer nervöser und verärgerter waren. Als ich fragte, was los sei, haben sie mich einfach stehen lassen. Also beschloss ich, Oma Pam anzurufen und zu fragen, was los war. Hallo Oma Pam! Sind es meine Eltern in der Schuldenfalle? Sie sind so ärgerlich! Oh mein Gott! ...sie sagte, dass ich schon groß genug sei, um es zu erfahren. Sie erklärte mir, dass mein Vater eine Hypothek für das Haus ausmacht hat. Das war eigentlich nur ein Witz! ...und er konnte die Hypothek nicht bezahlen. Sie sagte auch, dass ich meinem Vater am besten helfen würde, wenn ich mich danach fragen würde, weil es sich schon schlecht genug fühlt. Ja klar, das ist ja typisch für die Schuldenfalle. For real, ich wollte eigentlich nur einen Witz machen. Ich dachte, es wäre was anderes. Okay. Also ich konnte keine Antworten von meinem Vater bekommen, weil ich keine Fragen stellen durfte. Okay, unlucky. Weil ich mir kein schlechtes Gefühl geben wollte. Ich konnte auch meine Mutter nicht fragen. Meine Mutter nicht fragen? Was ist das für ein Dialekt? Was soll das denn sein? Irgendwie... Ich könnte also nur erraten, ob alles in Ordnung gehen wird oder wir bald auf der Straße sitzen und als Bettler leben werden. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also man kennt ja auch noch Verwandte, zu denen man ziehen kann. Ich dachte, dass ich vielleicht singen und tanzen lernen könnte, um das Geld zu verdienen und meinen kleinen Bruder und mich zu ernähren. Also ich weiß nicht, wie gut du singen und tanzen kannst, aber ein Baby ist echt teuer. Also von dem, was ich gehört... Ich glaube, ein Baby kostet irgendwie eine halbe Million oder sowas in seiner Lebenszeit. Also ein Kind dann. Oder eine Million. Irgendwas. Eine halbe Million oder eine Million. Irgendwas in der Größenmenge. Also ich weiß nicht, ob da ein bisschen singen und tanzen da reicht. Eltern wurden immer trauriger und hoffnungsloser mit jedem Tag. Oh oh. Aber sie haben mir immer noch nichts gesagt. Also beschloss ich zu lauschen, worüber sie sprachen. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Nein. Aber ich hatte doch auch das Recht zu wissen, was los ist. Natürlich sind sie. Natürlich. Weißt du, am Anfang hatte ich nicht verstanden, wovon sie sprachen. Sie klangen sehr nervös und stritten über etwas, das mit Geld und meinem Großvater zu tun hatte. Okay, klassische Schuldenfalle-Diskussion. Schließlich verstand ich es. Mein Großvater war kürzlich gestorben. Er hat ein Testament hinterlassen und ich solle diejenige sein, die sein ganzes Geld erben sollte. Easy Cash Money kriegt sie da. Warum? Ich hatte doch ihren Großvater nie kennengelernt. Aber nur unter der Bedingung, dass ich einen Brief lesen würde. Okay. Ehrlich gesagt, war ich so glücklich, dass ich fast mein Versteck verlassen und geschrien hätte. Natürlich wird dieses Erbe all unsere Probleme lösen. Aber ich habe es nicht getan, weil ich verstanden habe, dass meine Eltern nicht wollten, dass ich den Brief lese. Auch wenn sie immer wieder wiederholten, dass wir dieses Geld sehr, sehr dringend brauchten. Ja. Ich bin reise zurück in mein Zimmer und ins Bett. War, war, also... Also, das ist ihr Großvater, ne? Das ist das Brief. An sie. Also, den Großvater, den sie nie kennengelernt hat. Vielleicht, also, es muss jetzt ja nichts Schlimmes drinstehen. Während ich noch wach war, dachte ich, dass sich meine Eltern keine Sorgen machen sollten. Ich war jetzt ein großes Mädchen und was auch immer mein Großvater in diesem Brief geschrieben hatte, würde mich nicht erschrecken. Und ich werde meine Familie mit dem ganzen Geld, das er mir hinterlassen hat, helfen können. Wie reich war denn dieser Großvater? War bestekt, oder wie? Und am nächsten Tag sagte ich es meinen Eltern direkt beim Frühstück. Hallo Mama, Papa, ich habe euch belauscht. Hier ist ein Löffel in meiner Hand. Ich habe euch belauscht und ich werde den Brief von meinem Großvater lesen. Und dann können wir uns das Haus kaufen und ich muss nicht auf die Straße und singen und tanzen, um den kleinen Bruder von mir zu ernähren, der noch nicht geboren ist. Aye, aye, Sir. Ich dachte, sie würden glücklich sein. Aber sie sahen schockiert aus und waren nicht bereit, darüber zu reden. Okay. Dann rief ich Oma Pam an und erzählte ihr alles. Und sie und Oma Pam sind so, ja, die sind richtig dicke miteinander. Best Friends. Aber weißt du was? Meine Großmutter hat... Das, okay. Ich weiß, dass richtig viele das in den Kommentaren machen. Diese zwei Finger, die so aufeinander zeigen. Warum? Ich verstehe das nicht. Keiner macht im echten Leben diese Handgeste. Was soll das denn bedeuten? Also, was? Hä? Ich bin da komplett lost. Vielleicht ist das ein Ding, wo ich einfach zu alt für bin? Neulich hat auch irgendjemand in meinen Kommentaren geschrieben, im Video hat man deine Tochter gesehen. Jungs, welche Tochter? Wie alt denkt ihr, dass ich bin? Ich bin 21. Also, nein. Ich habe keine Tochter. Und auch keinen Schäferhund. Das hat neulich auch jemand geschrieben. Was soll denn das? Jedenfalls, aber da bin ich lost. Keine Ahnung. Könnte mir jemand mal erklären. Das wäre nett. Danke. Die Oma ist so ein Mate. So ein Bro. Warum ist die Oma so mean, though? Warum ist die Oma so mean, though? Was? Man kennt sie, die diabolische Oma. Bis der Anwalt meines Großvaters kam und mir den Brief gab, den ich in seiner Gegenwart lesen musste. Aus diesem Brief erfuhr ich, dass mein Großvater eigentlich mein Vater war. Okay, wild. Er war etwas über 50, als er meine Mutter traf. Sie war seine Studentin und war Anfang 20 und er hatte sich in sie verliebt. Sie führte genauso und so begannen sie, sich zu verabreden. Als er erfuhr, dass sie schwanger war mit mir, wollte er sich von seiner Frau, meiner Großmutter Pam, scheiden lassen, um meine Mutter zu heiraten. Also. Aber während sie alle Formalitäten durchgingen, traf meine schwangere Mutter seinen Sohn. Er war damals acht Jahre alt. Warte, ist das auch noch sein Sohn? Das ist ja weird. Also, okay, der 30 Jahre Altersunterschied, wir sehen mal drüber weg, ja? Es gibt schon crazy Sachen. Ich würde jetzt nicht, ich bin auch 20, ich würde jetzt nicht gerne mit einem 50-Jährigen zusammen sein. Aber okay. Ich würde dann trotzdem, nachdem ich mit dem 50-Jährigen zusammen war, nicht auf einmal sagen, hey, der Sohn, wie wäre es mit dem als nächstes? Arre alt. Und sie verliebten sich so doll ineinander, dass sie nicht mehr bei meinem Großvater bleiben wollte, also bei meinem richtigen Vater. Als sie es ihm sagte, hatte er es schwer. Schließlich bat er seine ehemalige Frau mit ihm nach Europa zu gehen, aber sie weigerte sich. Wie es in dem Brief stand, konnte sie ihm nicht verzeihen und wollte auch ihren geliebten Sohn nicht verlassen. Okay. Und mein Großvater, naja, mein richtiger Vater, beschloss allein nach Europa zu ziehen. Er dachte, dass es für alle besser wäre, wenn er einfach verschwindet. Aha. Ich war so schockiert. Und ich bin wohl immer noch schockiert. Weißt du, ich versuche jetzt herauszufinden, wer... Aber wie macht der so... Okay, ganz kurz, ja. Wieso... Also der hier, wo ist er? Der Sohn, also der Sohn von ihrem Vater, ist ja dann ihr Bruder. Also Halbbruder dann, weil es ist von einer anderen Frau. Und ihre Oma ist ihre Stiefmutter. Okay. Warum... Also warum macht der denn da mit? Also es ist ja schön, dass er sich in ihre Mutter verliebt hat. Aber, also, ich würde jetzt nicht meinem Vater die Freundin ausspannen. Mein Vater ist dann so traurig, dass er nach Europa zieht. Ich nehme mal an, aus Amerika ursprünglich. Und du sagst, okay, mir egal, konnte ich eh nie leiden oder was. Hä, was ist denn das für eine kaputte Beziehung? So schockiert. Und ich bin wohl immer noch schockiert. Weißt du, ich versuche jetzt herauszufinden, wer wer in meinem Leben ist. Mein Großvater ist mein Vater. Meine Großmutter ist meine Stiefmutter. Gerade gesagt. Mein Vater ist mein Bruder. Halbbruder, aber okay. Und bald ist mein Bruder als mein Neffe geboren. Ich meine, Neffe interessiert keinen. Keiner sagt, oh, das ist mein Neffe. Es ist ja dann trotzdem dein Halbbruder wieder. Weil es ist ja immer noch deine Mutter. Mutter ist die, die sie ist. Meine Mutter. Aber ich muss gestehen, dass ich darüber nachdenke, dass meine liebe Mami das Leben von zwei guten Menschen ruiniert hat. Das Leben meines richtigen Vaters und seiner Frau. Ah. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich sie Oma nennen kann oder ob sie mich je wirklich lieben wird. Und jetzt, ja, wir ziehen endlich in das neue Zuhause. Ich gab meinen Eltern, äh, wer auch immer sie sind, die Erlaubnis, das Geld zu verwenden, um die ausstehende Hypertinie zu sammeln. Ich meine, du weißt, wer sie sind, ne? Also, es ist immer noch deine Mutter und dein Bro. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie sich das alles in Zukunft entwickeln wird. Vielleicht wird sich nach der Geburt des Babys alles ändern. Bitte unterstütze mich mit deinem Like. Und ja, also, ähm, naja. Gut, soviel dazu. Also, ich meine, wir alle wissen, dass die echt passiert Geschichten nie wirklich passiert sind. Aber, wer denkt sich sowas aus? Das wirkt wie so eine richtig schlechte RTL-Show. Weißt du, wo dann die Schauspieler sind? Oh nein, es ist gar nicht meine Oma. Es ist meine, ähm, Stiefmutter. Stiefmutter ist es. Genau, ja, haha. Und, äh, dein Opa ist dein, äh, Vater. Und auch dein Vater ist dein Bruder. Das hat doch irgendjemand nachts geschrieben. Komplett, ähm, übermüdet. Und war so, ich brauch für morgen auch irgendeine gute Story. Äh, ja, komm. Das muss reichen. Das merken die eh nicht. Was? Ähm, naja, gut. Falls euer mehr von diesen echt passiert Folgen gesehen möchtet, dann verlinke ich euch noch welche hier oben beim i, beziehungsweise dann in der Endcard. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verfasst. Und gebt dem Video einen Like. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verfasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschau! 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 Untertitelung des ZDF, 2020